hallo freunde herzlich willkommen zu einer neuen folge von kochen lernen mit tom cook lessons ja als ich neulich jemand von meinen usern fragte oder meine abonnenten fragte tom würdest du auch mal was mit einer fertig backmischung backen muss ich echt gestehen war ich etwas überrascht und etwas verstört vielleicht auch und konnte mir da gar keine rein drauf machen und dann habe ich so gedacht für mich ja ich bin normalerweise jemand der ja immer alles mit frischen zutaten weckt und fertig backmischung und fertig gerichte ist überhaupt nicht meins aber tom warum solltest du es nicht mal ausprobieren und wenn ich da jemand fragt und das gerne mal sehen möchte habe ich gedacht gut ich backe euch heute mal einen kuchen mit einer fertig backmischung ich werde den kuchen natürlich ein bisschen abwandeln weil an sich sind mir fertig backmischung denke ich viel zu langweilig zumindest ist das so mein mein gedanke weil ich habe noch nie was mit einer fertig backmischung glaube ich gemacht habe ich noch nie deshalb werde ich das heute etwas abwandeln was es genau sein wird seht ihr gleich in dem rezept ich wünsche euch viel viel spaß mit einer ganz neuen art zu backen oder zu kochen bei mir mit einer fertig backmischung viel spaß euer tom also hier seht ihr jetzt meine fertig backmischung das nennt sich tarte de chocolat ist wohl eine schokoladen backmischung ich werde das ganze ein bisschen verfeinern und dazugehören laut packungsbeilage 150 gramm butter vier eier ich gebe dem ganzen noch ein bisschen frische orange hinzu ein paar mangelsplitter und ein paar schoko chips so dann fangen wir mal an bei einer fertig backmischung soll ja alles ganz simpel sein also wir haben jetzt hier 150 gramm weiche butter wie nach der anleitung vorgeschrieben und ein bisschen zerbröselt wollte ich gerade sagen aber ein bisschen auseinander gepflückt die geben wir jetzt mal zu unserem teig und was kommt weiterhin vier bio eier größe m das ganze jetzt verrühren wenn wir dann unsere fertig teig mischung angerührt haben hebe ich um das ganze ein bisschen zu verfeinern noch ein paar klein geschnittene bio orangen hinzu hebe die mit unter weiterhin gebe ich da noch ein paar mandelsplitter hinzu und ein paar schokoflocken den so gefertigten teig werde ich jetzt auf zwei kleine springform verteilen geht jetzt in den backofen bei 180 grad circa eine viertel stunde 20 minuten und dann gebe ich noch einen kleinen schluck ahornsirup dazu und dann geben wir zur verzielung noch ein paar mandelsplitter darauf ich muss sagen ich bin nicht ganz so begeistert aber ich hoffe ich habe demjenigen jetzt mal einen wunsch erfüllt er wollte mal jemand sehen wie ja ob ich auch mit einem fertig produkt für zurechtkomme ich muss sagen ich bin zurecht gekommen aber da oben seht ihr sie ich finde es zu süß der teig soll dieser fertig diese fertig teig mischung ist mein geschmack viel zu süß und hat halt nicht den ja meinen geschmack getroffen ich hoffe es hat euch trotzdem gefallen mit dem video und ihr schaut auch das nächste mit da rein wenn ich mit frischen zutaten koche und würde mich jedenfalls freuen über eure kommentare ihr könnt ihr mir was zu den ja fertig produkten schreiben wenn ihr lust habt dazu wie ihr so fertig teig mischung findet oder überhaupt fertig gerichte ich würde mich freuen und ja sag jetzt bis bald bis nächsten sonntag euer tom bis zum nächsten Mal